So zehn Hunde haben wir jetzt heute Morgen zurückgebracht. Gestern Abend haben wir schon drei zurückgebracht. Und wir wollen uns auch heute hier noch mal positionieren. Heute ist unser letzter Tag, weil es noch einige Hündinnen gibt, die wir hier gestern nicht mehr fangen konnten. Die Rüden, wie gesagt, lassen wir diesmal tatsächlich außen vor. Die wäre noch so eine Kandidatin, aber die ist echt nicht in die Falle gegangen. Mal gucken, ob wir vielleicht noch mit Betäubung irgendwas machen können. Du bist ein dick gealter Rüder. Die verunfallte Hündin von gestern hat zudem eine ganz schlimme Gebärmutterentzündung. Die wird vermutlich jetzt gerade erst operiert. Die war gestern so durch den Wind, dass die erst mal noch lange an der Infusion legen musste. Also durch den Wind ist gut. Die war nicht operabel gestern. Heute scheint sie etwas stabiler zu sein, aber sie wirkt trotzdem Risiko. Nichtsdestotrotz hat sie keine Alternative, als dass wir versuchen, sie zu operieren heute. Und die Kleine nehmen wir morgen, ist unser Abfahrtstag als Passagier mit. Die holen wir morgen früh hier ab. Oder morgen Mittag, wenn wir halt losfahren. Und da haben wir schon eine Pflegestelle gefunden in MC. Ja, soweit erst mal für heute. Für heute morgen.